Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Blicks auf Brüssel. Mein Name ist Thomas Fröhlich und heute sprechen wir über Nord Stream 2. Scheitert die Pipeline oder wird sie doch noch gebaut? Darüber spreche ich heute mit Dr. Maximilian Krah, der stellvertretender Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament und ihr handelspolitischer Sprecher. Grüße Sie, Herr Krah. Ja, hallo. Herr Krah, in der letzten Plenarwoche im Januar hat sich die Mehrheit des EU-Parlaments gegen Nord Stream 2 ausgesprochen. Sie und Ihre Partei, die AfD, stimmten dafür. Warum? Ja gut, wir sehen uns ja generell als die Minderheit der Vernunft in diesem Haus. Und auch an Nord Stream 2 sieht man, warum es ganz gut ist, dass das hiesige Parlament nicht allzu viel zu sagen hat. Das Parlament ist sicherlich von den europäischen Institutionen nochmal das noch linkeste von allen. Linke aus der Bundestag. Linke aus der Bundestag sowieso. Aber die Mehrheit hier will eben keine nationale Politik machen, sondern europäisch. Und unter europäisch versteht man dann so eine Art Anhängselpolitik an die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir hingegen vertreten deutsche Interessen zuerst. Und dann vertreten wir europäische Interessen, die wir aber als eigenständige europäische Interessen verstehen. Also als die Interessen der europäischen Völker. Und wenn man so an Nord Stream 2 herangeht, dann muss man sagen, wir brauchen unbedingt diese Pipeline aus zwei Gründen, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Und wir brauchen sie weltpolitisch, um eine gewisse Möglichkeit haben, auch mal eine eigenständige Politik zu machen, die nicht aus Washington vorgegeben wird. Ja, interessant ist ja auch, dass hier im EU-Parlament CDU, CSU, weite Teile der SPD, die Grünen und die FDP gegen Nord Stream 2 gestimmt haben. Aber in Berlin die Regierungsparteien sich nach wie vor zu Nord Stream 2 bekennen. Welches Spiel wird denn hier gespielt? Das haben wir sehr häufig. Also man muss natürlich sagen, die Grünen sind immerhin konsequent in beiden Hauptstädten. Sie sind immer anti-deutsch. Anti-deutsch. Und bei der CDU, CSU ist das so, die spielen immer das Lied, das gerade bestellt wird. Und bekanntermaßen werde ich an Frau Merkel wenig Gutes finden. Aber in der Frage der Handelsbeziehungen macht es ja eine, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Realpolitik. Und insofern sind natürlich die Abgeordneten in Berlin pro Nord Stream 2. Aber hier, wenn man hier CDU-Mitglieder hört, denkt man, das sind die Grünen. Da wird also immer von der Europäischen Republik geträumt, Deutschland spielt gar keine Rolle mehr. Und die Sozialdemokraten ohnehin, die sind also hier nochmal weiter nach links gerückt. Und insofern darf das nicht verwundern, das Abstimmungsverhalten hier. Bei den etablierten Parteien, bei den Regierungsparteien ist das so, wer nach Brüssel kommt, der kriegt offenbar einmal ein Reboot seiner Festplatte und ist dann komplett auf dem Trip, dass er jetzt den europäischen Superstaat möchte und nicht mehr deutsche Politik macht. Die Gegner von Nord Stream 2 argumentieren ja häufig damit, dass man das Projekt stoppen müsse, weil Russland nicht den rechtsstaatlichen Standards des Westens genügen würde. Ist das für Sie ein valides Argument? Ich halte das Argument für, also ich halte es in jederlei Hinsicht für Unsinn. Fangen wir mal mit dem schwereren Punkt an. Warum glauben wir, dass unsere Maßstäbe an Rechtsstaatlichkeit für die ganze Welt gelten? Der westliche Wertimperialismus. Der westliche Wertimperialismus, er geht zurück auf Immanuel Kant, den großen sowjetischen Philosophen aus Kaliningrad. Nein, es war Preusser aus Königsberg. Und Kant hat versucht, eine Universalethik aus der Vernunft heraus zu entwickeln, die mit allen Traditionen bricht. Das hat sich im Westen auch weitgehend durchgesetzt. Aber erklären wir jetzt mal, warum ein Russe sich der verkopften, traditionslosen Universalethik eines Kant anschließen soll, warum das ein Afrikaner machen soll, ein Inder oder ein Chinese. Sondern diese Leute sagen, wir wollen einen Universalismus, wo wir Chinesen, Russen, Inder, Muslime bleiben können. Dann, ihr bleibt Europäer und Amerikaner und auf der Basis des gegenseitigen Respekts voreinander machen wir Politik. Das ist mein Ansatz. Das ist, soweit ich das auch überblicke, der Ansatz des überwiegenden Teils meiner Partei. Insofern lehne ich dieses Menschenrechtsargument schon mal grundsätzlich ab. Zumal es ja auch geheuchelt ist, weil man ja bei anderen Nationen, die eigentlich noch wesentlich eklatanter jetzt diesen westlichen Traditionen, diesen westlichen Werten widersprechen, mit denen macht man dann ganz gerne Deals. Es gilt da der alte Satz von Karl Schmidt, wer von Menschheit spricht, der will betrügen. Also wenn einer mit dem Menschenrechtsimperialismus um die Ecke kommt, dann wissen wir immer schon, A, es ist selektiv und B, er fischt aus trüben Quellen. Und das sehen wir jetzt ganz aktuell in Russland. Da heißt es also, es habe eine Verurteilung von Herrn Nawalny zu dreieinhalb Jahren Arbeitslager gegeben und das sei also mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. Aber also zunächst einmal die Verurteilung gab es 2014 wegen Betrugs. Herr Nawalny hat also einen französischen Kosmetikkonzern um eine Million erleichtert, Yves Rocher, und den so erreichten Geldbetrag dann nicht mal versteuert, sondern eine zypriotische Offshore-Gesellschaft verschoben. Dafür landet man auch in Deutschland ein paar Jahre im Bau. Aber die Russen hatten Nawalny Bewährung gegeben. Und die mit Bewährungsfragen Vertrauten unter unseren Zuschauern, die wissen, da muss man sich dann regelmäßig bei der Polizeiwache melden. Das hat Herr Nawalny bereits vor seinem Krankenhausaufenthalt in Berlin nicht getan. Und nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen war, hat er zwar die Zeit gefunden, hier in dieses Haus zu fahren, um in verschiedenen Ausschüssen gegen Nord Stream 2 Stellung zu beziehen. Aber er hat es nicht geschafft, das russische Konsulat in Berlin anzurufen und sich zu melden. Damit ist jetzt seine Bewährung widerrufen worden. Rechtsstaat heißt, dass man Gerichtsurteile ernst nimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Gerichtsurteil in Russland zustande gekommen ist. Es ist auf alle Fälle gültig. Es ist entgegen anders lautenden Meldungen nicht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgehoben worden. Und Herr Nawalny hat die Bewährungsauflagen verletzt. Rechtsstaat heißt, es hat Konsequenzen. Wir können ja den Russen nicht vorwerfen, dass sie ihre eigenen Gerichte ernst nehmen. Das heißt, es ist wieder wie üblich. Es ist selektiv, weil uns die Russen nicht passen, weil sie eben als Konkurrent wahrgenommen werden. Es ist verlogen, weil man sich nicht die Mühe macht, die russischen Argumente zu prüfen. Und letztlich ist es eine völlig unzulässige Verkettung zwischen einem Individualschicksal, über das man gern reden kann, und der Frage der Energieversorgung Deutschlands, nachdem wir Kohle und Atomstrom abgeschafft haben. Das hat der Selbstregierung-Sprecher Stefan Seibert gesagt. Man darf hier Interessenpolitik, Energiepolitik nicht mit dieser Menschenrechtsideologie vermengen. Gut, der hat es jetzt nicht so gesagt, wie ich es jetzt gerade skizziert habe. Aber sinngemäß ging es in diese Richtung. Das ist, wie gesagt, zurzeit das Erstaunliche, dass in Handelsfragen bei Frau Merkel doch so etwas wie eine gewisse Vernunft durchscheint. Das heißt jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Form aufhören, Frau Merkel zu kritisieren. Aber es macht unsere Kritik natürlich auch glaubwürdiger, wenn wir differenzieren und wenn wir klar sagen, was an ihr verheerend ist, nämlich nahezu alles. Aber wenn wir durchaus auch mal sagen, okay, in dem Punkt handelt sie, wie man es eigentlich von einem deutschen Kanzler oder einer deutschen Kanzlerin erwarten kann. Wir hatten alles ein Interesse daran, Nord Stream 2 zu verhindern. Man hat ja vernommen, dass die USA hier massiv intervenieren, etwa indem sie Unternehmen, die an diesem Pipeline-Projekt beteiligt sind, sanktionieren. So etwa das Verlegeschiff Fortuna. Sind solche Interventionen überhaupt in irgendeiner Weise gerechtfertigt? Sie sind ganz klar völkerrechtswidrig. Völkerrechtswidrig. Auch das ist ja eines, Deutschland tritt ja immer auf als Lehrmeister des Völkerrechts. Komischerweise wird das dann immer nur eingesetzt, wenn es gegen Russland geht oder gegen Syrien und so weiter. Aber gegen die USA besteht man nicht auf Einhaltung des Völkerrechts. Natürlich, wenn ein souveränes Land wie Deutschland mit einer Genehmigung für ein Privatunternehmen erteilt, mit einem russischen Unternehmen etwas zu verlegen, ist das völlig legal. Und dann geht das die Amerikaner nichts an. Es geht sie einfach nichts an und sie haben sich rauszuhalten. Und es ist beschämend, dass die Bundesregierung hier nicht den amerikanischen Botschafter einbestellt und ihnen das klar macht. Wir als AfD hier machen das. Ich habe jedes Mal, wenn wir Telefonkonferenzen oder Video-Zoom-Konferenzen mit dem US-Botschafter hatten, wir hatten zwei in den letzten Jahren, habe ich den jeweiligen US-Botschafter angesprochen, was das soll mit Nord Stream 2. Der eine hat versucht, sich rauszureden, dass es aus inpolitischem Druck geschehen sei und ihm klar sei, dass es völkerrechtswidrig ist. Der zweite hat gesagt, gehen Sie davon aus, meine Regierung wird alles tun, um dieses Projekt zu stoppen. Und auch hier, für die Zuschauer vielleicht interessant, der anwesende Grüne, Reinhard Bütikofer, hat jedes Mal, wie so ein Streberschüler, ich weiß was, Herr Lehrer, ich weiß was, Herr Lehrer, sich bei dem Botschafter eingeschleimt und erzählt, wie toll er gegen Nord Stream 2 kämpft. Der trommelt ja massiv gegen Nord Stream 2. Der trommelt gegen alles, was nicht im US-Interesse ist. Man fragt sich, ob das überhaupt ein deutscher Abgeordneter ist oder ein geschickter. In welchen Interessen arbeitet Reinhard Bütikofer? Das sollte man untersuchen. Wo so interessanter ist ja, dass die Grünen eben so stark gegen Nord Stream 2 mobilisieren. Die Alternative wäre durch Fracking gewonnenes amerikanisches Flüssiggas, das ja eigentlich ökologisch viel bedenklicher ist. Also zunächst einmal sollte man sich ja von der Vorstellung trennen, dass es den Grünen tatsächlich um eine bessere Welt geht. Es mag sicherlich an der grünen Basis die Idee vorherrschen, der Strom kommt eher aus der Steckdose. Und das Stromnetz ist der Speicher, wo kleine Kobolde dann den tagsüber von Windmühlen erzeugten Strom über Nacht speichern. Aber man kann davon ausgehen, dass zumindest die tonangebenden Grünen, und da gehört Herr Bütikofer dazu, etwas schlauer sind, diese Leute machen eine ganz knallharte Interessenpolitik für große weltweite Konzerne, für ihre wohlhabende Klientel. Und wenn man etwas weiß, es gibt keine Partei, die so unsolidarisch ist wie die Grünen, und das hat Sarah Wagenknecht gut auf den Punkt gebracht. Die Grünen verkaufen uns mittlerweile eine Politik als solidarisch, wo wir zwar den Diesel für das Gebrauchtauto der alleinerziehenden Verkäuferin verteuern, aber gleichzeitig subventionieren wir den Tesla für den Vorstandsvorsitzenden. Das ist grüne Politik. Das ist absolut, es ist nicht nur falsch, es ist unanständig. Man hat ja wirklich das Gefühl, dass da ökologische Ziele gar nicht bestimmend wären für das grüne Handeln, sondern dass die Grünen da mittlerweile stark in so transatlantisch-globalistischen Netzwerken drin wären. Wobei sie da ja immerhin klug handeln, nicht? Denn jetzt schauen wir uns doch mal an, was zurzeit an Gesellschaftszerstörung auf uns eintrifft. Black Lives Matter, Friday for Future, Gender Theorie, das Klo für, ich weiß nicht, drei Toilettentüren. 67 Geschlechter. 67 Geschlechter. Die Zensur unserer sozialen Netzwerke, unser YouTube-Kanal gesperrt, Twitter-Accounts massiv gesperrt, Facebook gesperrt. Das kommt alles aus einer sehr linken Ideologie, die mittlerweile in den USA Tonangebend ist. Mainstream mittlerweile. Mainstream geworden ist. Und dass die Grünen, die ja das alles wollen, sich deshalb jetzt an die USA anhängen, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wir müssen uns auch mal die umgekehrte Frage stellen. Wieso begreifen so wenig Konservative in Europa das, dass wenn sie sich immer noch so an die USA anhängen, sie eigentlich das Geschäft ihrer Gegner machen? Die Grünen handeln rational, aber diejenigen, die meinen, sie seien konservativ und transatlantiker in einem mit den jetzigen USA, wie sie sind, denen muss man wahrscheinlich mal eine Bildungsreise spenden. Also Gesellschaftspolitik lässt sich nicht von Geopolitik trennen. Das ist der große Punkt. Alle Politik, die wir machen können, im nationalen Rahmen, aber auch hier in Brüssel, findet statt in einem Fenster, das uns gegeben ist durch die äußeren Umstände. Und dieses Fenster verschiebt sich immer weiter nach links. Das heißt, eine AfD-Regierung mit unserem AfD-Programm würde schon daran scheitern, weil es massive ausländische Interventionen gibt. Wir müssen also außenpolitisch dafür sorgen, dass sich das Fenster wieder in unsere Richtung verschiebt, damit unser innenpolitisches Programm überhaupt möglich wird. Und diesen Zusammenhang, da hoffe ich, dass wir mehr Leute sensibilisieren können, die irgendwie nicht erkennen, dass nicht alles im Inland machbar ist, wenn wir vergessen, unsere außenpolitischen Beziehungen entsprechend anzupassen. Und ganz konkret, je stärker der US-Einfluss in Europa wird und in Deutschland wird, umso weniger sind konservative Reformen und eine Heilung unserer Gesellschaft überhaupt möglich. Das haben die Grünen begriffen, also wollen sie diesen Einfluss stärken, Herr Bütikofer, Herr Botschafter, Herr Botschafter, ich weiß was. Und ich wünsche mir, dass diese Erkenntnis bei den Konservativen durchsickert, denn die sagen, ja in den 80er Jahren bei Ronald Reagan war es genau andersherum. Stimmt ja auch. Aber wir leben halt nicht mehr in den 80er Jahren, wir leben 2021 und der Präsident heißt Joe Biden. Das heißt, man muss da einen Ausgleich mit Russland finden. Und genau deshalb, weil dieser Ausgleich mit Russland auch die Chancen der Konservativen in Europa stärkt, sind die Grünen so dagegen, dass wir uns dieses Erdgas kaufen und nehmen lieber schmutziges Fracking-Gas aus den USA anstatt sauberes Pipeline-Gas aus Russland, weil sie genau wissen, wenn wir uns wieder ein bisschen an Russland, wenn wir aufhören, letztlich einen neuen kalten Krieg gegen Russland zu fahren, wenn wir den Impfstoff aus Russland zulassen, wenn wir mit den Russen handeln, wenn wir russische Kulturaustausch machen, dann nutzt das Leuten, die eine konservative Politik wollen, wenn wir hingegen Russland tabuisieren und zu böse erklären und uns rein an die USA anknüpfen, so wie sie jetzt sind, dann nützt das eben Claudia Roth und Reinhard Mütikofer. Wobei die Konservativen in Polen oder im Baltikum das wiederum anders sehen dürfen. Wir haben ja vernommen, dass Warschau beispielsweise da massive Kritik an Nord Stream 2 übt und da wieder einen deutsch-russischen Alleingang wittert. Da gibt es halt irrationale und rationale Gründe. Rational ist es so, es gibt ja die Wählerinnen und Wähler aus der alten DDR wissen das, die Trasse, die eine Landtrasse ist und durch Polen geht und durch die Ukraine und die Polen und die Ukraine nehmen dafür Transitgebühren. Genau. Das heißt also, wenn Nord Stream 2 nicht kommt, wir aber Gas kaufen müssen, weil wir Atom und Kohle abgeschafft haben, dann können diese Länder die Hand aufhalten und Penunzian und Olet und wenn der Rubel rollt, rollt er, egal wo er herkommt. Also das ist so der nachvollziehbare Teil. Das ist sehr nachvollziehbar. Und dann gibt es halt den irrationalen Teil und das ist, dass eben gewisse Teile, gerade der konservativen Polen, auf Russland irgendwie so reagieren wie Dracula auf Knoblauch. Ja. Gut. Das nehmen wir zur Kenntnis, das muss sich auswachsen. Ja, die Kritik ist ja, dass man sich abhängig machen würde von Moskau. Das ist die Kritik, die in Warschau artikuliert wird, aber auch von den Nord Stream 2 Gegnern hierzulande. Und das fürchten eben viele. Das ist insofern eine Verdrehung der Tatsachen, weil die Frage ist ja, wie schaffen wir es am 21. Jahrhundert einigermaßen souverän über unser Land entscheiden zu können. Und in der Vergangenheit war das klar, da kam die Macht aus den Gewehrläufen, wie es Mau gesagt hat. Aber wir leben in einer Zeit, da hängt es sehr, sehr stark von ökonomischen Verflechtungen an. Und es gibt zwei Schlüsselressourcen unserer Zeit. Das eine ist die Energie und das andere ist die Technologie. Und derjenige ist, niemand kann alles selbst herstellen, aber souverän ist derjenige, der seinen Lieferanten wechseln kann. Wenn ich die Chance habe, meine Technologie und meinen Energielieferanten auszutauschen, wenn einer übergriffig wird und mich erpressen will, weil ich das von ihm kaufe, dann kann er mich nicht erpressen. Wenn ich aber nur von einer Seite kaufen darf, dann kann der mich zwingen, Sachen zu tun, die ich nicht möchte. Und deshalb ist derjenige souverän, der Alternativen hat. Souverän ist, der Alternativen hat. Und deshalb brauchen wir die Möglichkeit, Öl aus Arabien zu kaufen. Wir brauchen durchaus auch Terminals, dass wir amerikanisches Gas aus Schiffen kaufen können, wenn tatsächlich in Russland irgendwas schief geht. Aber wenn wir uns nicht komplett von den USA und ihren Verbündeten im Nahen Osten abhängig machen wollen, brauchen wir auch russische Pipelines, um dann, wenn die Vereinigten Staaten übergriffig werden und die sind zurzeit die einzigen, die übergriffig sind, dass wir dann auch sagen können, no Mr. President und da Gaspar den Präsident nach Osten und genau diese Möglichkeit auch mal den Amerikanern zu sagen, nein, das wollen wir nicht, die eröffnet uns Nord Stream 2 und genau deshalb sind die Amerikaner so vehement dagegen, um uns das nicht zu erlauben. Das hat ja neulich auch Emmanuel Macron erkannt, der ja lange Zeit sich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen hat, jetzt vor einigen Tagen dafür. Seine Zustimmung wird doch sicherlich einen Preis haben, oder? Was wir hier wissen, also die EU besteht ja nur deshalb, weil Deutschland zahlt und wenn Macron in einem Projekt, das für Deutschland wichtig ist, seine Meinung ändert, wird es sicher teuer, aber ich bin tatsächlich der Meinung, ein Verzicht auf Nord Stream 2 wäre noch teurer, als Macron gnädig zu stimmen, aber vielleicht ist auch das etwas, was verdeutlicht, in welchen Zwängen Deutschland ist, sich auch selbst hereingebracht hat, allein, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Energielieferanten auszuwählen, dafür müssen wir Frankreich Zugeständnisse machen, wir müssen für mehrere Milliarden Terminals bauen, um im Notfall amerikanisches Gas zu kaufen, wir haben jetzt schon nicht die Chance, einfach zu sagen, nee, wir wollen Pipeline-Gas und jeder will dafür, dass wir wenigstens die Pipeline bauen, Milliardengeschenke haben und deshalb noch einmal, das, was wir im Inland machen, hängt ganz stark von dem Fenster ab, das außen gebaut ist und dieses Fenster wird immer enger und die Grünen verschieben es immer mehr in eine Gegend, in eine Richtung, die dafür sorgt, dass wir bald im Innen auch keine Gestaltungsspielräume mehr haben werden, wir verlieren die Möglichkeit, unser Gemeinwesen selbst zu organisieren, wir werden mehr und mehr eine Kolonie von diesem multikulturellen, linksliberalen, aufgeklärten Imperium auf der anderen Seite des Atlantik und das sehe ich mit großer Sorge. Die Bürger scheinen da ja klüger zu sein, die Mehrheit der Deutschen hält nach wie vor Nord Stream 2 für notwendig, die Politik verschiebt sich da teilweise. Russland ist Gott sei Dank ein emotionales Thema, also das Bild, das die Menschen von Russland haben, ist positiv und ich glaube, wenn man in Dresden, wo ich dann zu Hause bin, die Umfrage machen würde, da hätte Russland ganz tolle Sympathiewerte. Weil was im Westen wahrscheinlich wieder ein bisschen anders ist. Ja, da gilt der alte Satz von Michael Kronowski, im Westen war alles besser, selbst die Gehirnwäsche. Ja, das stimmt. Aber wir haben halt in Deutschland mittlerweile auch mehr Lehrstelle für Gendertheorie als für Slawistik. Und ich glaube, es wäre sicherlich besser, die deutsche akademische Jugend würde mehr slawische Sprachen lernen, als die Frage, sich zu stellen, ob es nur 50 oder 63 Geschlechter gibt. Es gibt nur zwei, das kann man eigentlich im Kindergarten, weiß man das schon. Aber sich der osteuropäischen Kultur offen zu zeigen und zu entdecken, dass die deutsche Kultur immer von West und Ost befruchtet wurde und dass das unseren Reiz ausmacht, das ist, glaube ich, eine wahre Bildungsaufgabe. Und auch da sehe ich Russland als eine Option für die Zukunft. Herr Krah, wir müssen leider ans Ende der Sendung kommen. Eine letzte Prognose, scheitert 1902 oder wird 1902 fertiggestellt? Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich eine Wette an der Börse abschließen. Die Gegner sind extrem stark, aber ich bin Optimist, ich bin immer Optimist, Optimismus ist Pflicht und nachdem selbst jetzt Herr Macron sich für was auch immer für einen Preis vom Gegenteil hat überzeugen lassen, Nord Stream 2 wird fertiggestellt, aber es wird uns noch viel nerven und es wird den deutschen Steuerzahler viel Geld kosten, aber es ist am Ende notwendiges Geld, um zumindest eine gewisse Restsouveränität zu bewahren. Herr Krah, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke schön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben einige Erkenntnisse mitnehmen können. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Danke.